Wenn man heute so sieht, alles sehr schön beleuchtet. Licht ist von großer Symbolkraft in allen Kulturen der Welt. Licht bedeutet Wärme. Wir haben in früheren Zeiten das Feuer, das ermöglicht uns auch das Leben. Das Sehen in der Dunkelheit spendet Wärme, spendet Leben. Insofern ist es natürlich klar, dass Licht immer diese große Rolle in der Geschichte gespielt hat. Wenn wir heute sehen, wie schön alles beleuchtet ist, wann wir das genießen können, wenn wir die Märkte genießen können, das wird also immer bunter, leider auch immer ein bisschen hektischer. Aber wenn man sich überlegt, wie die Städte noch vor 200 Jahren ausgesehen haben, und selbst Berlin war relativ klein, es waren also nicht mal eine halbe Million Menschen hier um 1800. Wenn man sich überlegt, was heute Gendarmenmarkt ist, oder auch das Brandenburger Tor 1789 bis 1791 entstanden, vor etwa 220 Jahren. Ja, das war damals Stadtbegrenzung. Berlin war wirklich selbst vor 200 Jahren noch relativ klein. Und erst um 1800, im späten 18. Jahrhundert hat man angefangen, hier die beiden Fahrbahnstreifen mit großen Feldstein, mit rundlichen Feldstein sozusagen erstmals zu pflastern. Ja, früher waren das eher so Sand- und Schlammwege, je nach Wetterlage. Und vor den öffentlichen Gebäuden, Bürgersteige, gab es auch erst so um 1800, im frühen 1900 sogar herum. Und als Lampen dienten Öllampen, die an eisernen Ketten aufgehängt waren, quer über die Straße. Ja, man muss sich vorstellen, quer über die Straße hingen eiserne Ketten, daran hingen Öllampen, und im Sommer gab es überhaupt keine Beleuchtung. Im Sommer musste dann der Mond genügen, und das war dann doch zu später Stunde echt düster, würde ich mal sagen. Ja, die ersten Gaslaternen gab es erst in den 1820er Jahren. 1826 sind hier die ersten Gaslaternen aufgestellt worden, und elektrisches Licht gab es erst 1888, also noch nicht so lange her, 1888. Und dafür hat man dann diese wunderschönen Kandelhaber, diese großen Laternen aufgestellt, die wir heute wieder sehen können, allerdings als Kopien natürlich. Ja, das ist schon die Nachwendezeit. Wir befinden uns ja hier im historischen Berlin, im ehemaligen Osttal der Stadt. Ja, das ist schon die Nachwendezeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020